1 1 2 2 ja hallo und herzlichen willkommen bei ehm let's play the world's hardest game ja und äh das war auch so ein ja so ein let's play wo wir schon gehabt haben und daher wissen auch die gnädigen Herr Draco das gell wie ich dieses Spiel liebe vor allem hier unten Musik by Snake was auch immer das ist die Musik ist einfach nur göttlich wo da halt kommt ja man hört jetzt schon im Hintergrund es ist so richtig so ja es ist so richtig schöne Musik halt da würde ich sofort auf ein Konzert davon gehen und also dann schade ich mal dieses wunderbare Spiel und es ist so ein Geschickspiel wo total aggressiv macht also ich werde wahrscheinlich auch noch aggressiv so ich bin hier dieses kleine Kästchen muss immer auf diese andere grüne fällt ja also ganz easy hier ja ähm ja Alter ich hab jetzt schon keine Nerven mehr dafür aber gleich geschafft beim ersten Mal ewig gut alter ja ich bin ein bissl eingeübt weil ich das ja schon mal jetzt wählt habe aber ja unsere let's play sind ja gelöscht worden wie die vielleicht wir vielleicht mitbekommen haben also eigentlich gar keiner hat das mitbekommen wahrscheinlich so ja die erste sind noch nicht so schwer jetzt sieht es schon eher nach schwierig aus ne zack und wieder zurück ins grüne AHHHHH Hahahaha so ne scheiße Hahahaha ja ich bin ganz entspannt wo ein hh Das ist so'n scheißes Spiel! Ja wir haben übrigens Hans der Schwanz gerade verbunden mit einem Headset. Also nicht hier im Let's Face, sondern auf der Xbox und er singt anscheinend gerade laut Treycon. Und er nervt. Ja! Das war einfach. F*** dich! Echt mein Dieb dich! So dann, hier, go! Nächstes Level, ne? An der Hand, dieses Level ist leichter denn die andere. Ah, die Musik, alter, das ist so geil! Die Musik, echt, das ist so geil! Okay. Ganz easy! Also das, an dem Level, äh, bin ich... Äh, hab ich letztens, glaub ich, psych... äh, bei dem Let's Schaffen haben, hab ich da, glaub ich, psychische Störungen bekommen bei dem Level. Also es ist sch... da... Bin, glaub ich, fast gestorben. Weil es einfach so verfickt kacke ist. Sooo, aber ich komm ja schon mal recht weit. Ja, nur immer wenn ich das sag, bin ich eigentlich sehr verrückt, ne? So, hier, die Safe Station, sozusagen. Nein, ich geb PlayStation. So, hier, die, 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 die... Das hat eher so, so Beruhigungsmusiker, so Mozart, so... Oder Escamillo im Wanted Donut Style, gell? Ähm, das war jetzt niemand, wo sich einer runtergeholt hat hinter mir. Äh, das war... Ah, Hans der Schwanz. Haha, nein. Hallo, Hans der Schwanz! Nein, äh, mir... Draco hat auf ZZ gehauen, damit es schön in den Ohren weh tut. Und er verrichtet's grad am andere Ende. Ja, irgendwie nicht, er zieht bei zwei, nach rechts zieht der immer so wie klar. Nicht? Alter, Leute, ich geh jetzt gleich beim ersten Mal schaffen. Ah, nein, oh nein, die Stelle, Alter, da bin ich fünf Millionen Mal verrückt, das werd ich nie vergessen. Ah! 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 Ja, Mann, beim ersten Mal, Alter! Burscht, Leute! Machst du da raus, oder? Na, ich muss was saufen, Alter! Ja, nein, die Aufnahme läuft doch, aber, Alter! Ich hab das letzte Mal mit sicher zwanzig Mal gemacht, oder so. Und das auch. Oh, ja. Mhm. Mhm. So, haben wir jetzt in de... safe station. Safe station? Safe station? Alter, ich mach das voll prohaft. Achso, die Kamera muss ich ja noch dran machen. Stimmt, hab ich ganz vergessen. Eine kleine Unterbrechung, also ohne Aufnahmenhaus. Ja, aber die Kamera ist leer. Die müssen wir jetzt laden. Wie ist denn da? Okay, ladet. Ladet. Okay. Weiter geht's. Ähm. Gut. Hammer. Fuck. Fuckin' Camper. Nein! Neeeeeeeeeeeeeeeeen! Aaaaaaaaaaah! Alter, jetzt... Ich krieg wieder psychische Störungen hier... Das ist schwer, weil ich bin jetzt so im Spiel... Aaaaaaaaaaha! Also, es war jetzt auch grad logisch, ich steh hier so rum, das Ding fällt die ganze Zeit mir vorbei und auf einmal trifft's mich. Ah, die ganze Zeit funktioniert, außer plötzlich dann... In dem wichtigen Moment! Tiooo... Und wieder nach unten... Und nach drüben... Aaaaaaaaaaah! Alter... Ich krieg hier Zustände... So, das ist aber kein Safe-Ding, das war ich vom letzten Mal, ich wollte hier eigentlich chillen... Ich hab den, glaub ich, sogar für extra... Ja, da reingerannt... Und dann... Boah, weisch, die Musik, das ist... Aaaaaaah! Ich glaub, der hat das... Ich glaub, der hat das für extra gemacht, das ist... Schlimm! Ich hab grad einen kurzen Spaziergang durchs Zimmer gemacht... Alter, ich mach vom Ziel! Alter, dieses Spiel ist... Ich hasse es! Ja... Die Musik einfach nur beruhigen... Weil ich danach in die Psychiatrie muss... Muss... Alter... Oh, ho, ho, ho! Oh, ho, ho! Hm... Okay... Alter, sieh klar... Alter, Musik! Bitte! Oh, nein! Jaaaa! Yes! Alter! Okay, das werden wir sehen an der nächsten Folge! Bis dahin! Auf Wiedersehen!